Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, auf Facebook habe ich es angekündigt, eine große Tour, die eine Woche geplant war. Einmal durch den Schwarzwald über den Westweg, von Norden bis Süden. Am Titisee wäre ich dann Luftlinie gelaufen, beziehungsweise eben nach eigenen Koordination zum Schluchsee, wo dann auch mein Ziel gewesen wäre. Ja, gewesen wäre aus dem Grund, ich habe angefangen, ich bin losgegangen, ich lief 40 Kilometer den Westweg in Richtung Süden und dann war es leider so, dass ich krank wurde und zwar nicht nur ein bisschen, ich musste leider abbrechen. Ich habe dennoch alles gefilmt, selbstverständlich und werde auch alles schneiden und hochladen, was ihr jetzt in diesem Video sehen könnt. Es hat damit angefangen, dass ich schon am ersten Tag starke Kopfschmerzen hatte. Das ist bei mir eigentlich nichts Großes, ich bin relativ sonnenempfindlich, deswegen die Sonnenbrille und eine Kopfbedeckung hatte ich auch auf meinen Tarnschal. Aber die Kopfschmerzen waren wohl leider nicht sonnenbedingt, sondern von der Krankheit, denn am nächsten Tag ging es gerade weiter. Kurz nachdem wir die Quelle fanden, über die ich auch ausführlich berichtet hatte, spürte ich deutlich, dass ich Fieber bekomme. Wir hatten nachts ziemlich heftiges Wasser getrunken, wir mussten, weil keine Quelle, die auf dem GPS bzw. auf der Karte verzeichnet war. Pützen, Wasser aufbereiten und daran lag es auf gar keinen Fall. Ich hatte schon zwei Tage davor Halsschmerzen, die Halsschmerzen habe ich heute noch und das Ganze ist jetzt zwei Wochen her. Ich hatte noch einen Kumpel dabei, wir haben alle das gleiche gegessen, wir haben alle das getrunken, wir haben alle das gleiche gemacht und nur mir ging es elend. Was heißt, ich hatte die Krankheit schon bevor ich aufgebrochen bin und die Krankheit brach dann eben aus, als ich im Schwarzwald war. Ich habe mich höllisch geärgert, wirklich, ich war sehr, sehr enttäuscht. Die Tour abgebrochen zu haben war eher ein gesunder Menschenverstand. Es war gut. Ich wollte es auf gar keinen Fall machen, wirklich. Alles in mir hat sich dagegen gesträubt, aber ich habe es getan. Es war auch gut so. Am nächsten Tag lag ich mit 40 Fieber im Bett und... naja, seht selbst. Am Ende des Videos seht ihr ein Gasthaus. Ich hatte gar kein Handyempfang, so musste ich in das Gasthaus gehen und darum bitten, mal telefonieren zu dürfen, so dass ich abgeholt werden konnte. Und... die waren auch alle sehr freundlich da, das ging ohne weitere Probleme sehr gut. Und dann... naja... ich hatte eigentlich alles, das ich jetzt gerade sagte, in der Szene sagen wollen, aber mein enttäuschter Blick sagt, glaube ich, alles. Ich konnte... was hätte ich dazu sagen sollen? Ich war einfach... ich habe mich so gefreut und dann das. Es tut mir auch für euch leid. Ich habe es groß angekündigt, habe mich gefreut und bam... vorbei. Aber... aufgeben ist nicht. Ich habe vor nächstes Jahr spätestens die Tour zu wiederholen. Was vielleicht ein bisschen krass ist, diesen Winter. Das bleibt vermutlich nur eine Idee. Mal sehen. Spätestens nächsten Sommer, der Westweg. Ich werde viel trainieren bis dahin. 30 Kilometer pro Tag mit viel Gewicht. Und... da könnt ihr euch drauf freuen. Dass zweimal so ein Mist passiert, halte ich für unwahrscheinlich. Ich bin schon wieder sehr... motiviert. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. 했 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Danach machen wir uns, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Geil, wir verlassen nun das Lager, marschieren weiter auf dem Westweg, immer Richtung Süden. Alles wird natürlich so zurückgelassen, wie es auch gefunden wurde. Wunderschön, das Lager wird mir fehlen, auch wenn die Wasserversorgung miserabel war. So, hier geht es weiter. Das war ein schöner Tagesanbruch. Ich kann auch immer nur wiederholen, wie schön die Natur hier ist. So ist es nicht im Odenwald oder in der Pfalz oder sonst irgendwo, es ist alles so dicht bewachsen. Ich bin immer wieder fasziniert. Macht richtig Spaß hier. Das Schönste, was ich je gehört habe. Wir liefen hier den Weg entlang und sahen das hier. Ein wunderschöner Bach. Da krabbeln wir jetzt runter, schütten unser gelbes Wasser aus, waschen uns, waschen unser Geschirr und sind wieder frisch. So muss es weitergehen. Da kommt das Wasser oben aus der Quelle. Das ist eiskalt, frisches, klares Wasser. Ich habe jetzt einen halben Liter abgefüllt hier. Die Flaschen liegen schon oben, eiskalt angelaufen. Und da habe ich eine Heubrause Waldmeister reingemacht, dass der Tag auch schön anfängt. So ein bisschen Zucker gibt einen ordentlichen Energieschub. Dann waschen wir uns mal. Herrlich. Das ist ein wunderschöner Weg. Das ist ein wunderschöner Weg. Das ist ein wunderschöner Weg. wir sind überall am wegesrand solche kleinen türmchen aufgebaut ich frage mich wer das gemacht hat und wie lange die da schon stehen ist auf jeden fall sehr schön kurzes update wir haben jetzt 14 halb zwei haben wir die füße tun ganz schön weh immer noch tag zwei und wir haben gerade auf einer wiese kurz gelegen kurz vielleicht eine stunde bestimmt uns ausgeruht wir gehen jetzt einfach mal weiter man spürt schon die muskeln die motivation ist auch ziemlich im keller wir müssen einfach weiter gehen immer weiter ja das war es es war eine wundervolle aufregende tour auf jeden fall eine wahnsinns erfahrung es hat so viel spaß gemacht genau wie es mir erhofft hatte ich weiß gar nicht was ich dazu sagen sei der schwarzwald ist so wunderschön ich muss aber auch sagen es gibt viele menschen die sagen deutschland wildnis niemals nein alles weg alles ausgerottet die wälder sind doch viel zu ja mit wegen durch wachsen sage ich mal der schwarzwald ist wunderschön wirklich mit nichts zu vergleichen mein lieblingswald war immer die pfalz ich war als kind auf dem schwarzwald aber die natur des schwarzwaldes habe ich noch nie so betrachtet wie da es ist wild man kann den weg kaum verlassen weil alles wirklich dicht bewachsen ist wenn man mal vor hat irgendwo rein zu laufen so wie hier da muss man ordentlich aufpassen die sumpfgebiete die dichte vegetation es war wirklich es war schön ein bisschen wie in dem film into the wild so habe ich mich gefühlt und am ersten lagerplatz vielleicht sieht man es im video ist gegenüber der hütte ein wohnwagen so wie so ein bauwagen so ein kleiner als ich stehen das erste mal sah ich schlief auf die lichtung auf die kreuzung und da stand dann der wagen da dachte ich nur into the wild hier ist unser lagerplatz ok danke fürs zusehen wir sehen uns im nächsten video ich hoffe es hat trotzdem spaß gemacht auf 0 Untertitelung des ZDF, 2020